Ich hab jetzt so ne, so ne, so ne, Alter Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play World of Warships mit Matze Und Sam Und? Herr Gonzo Ich hab jetzt so ne, so ne, so ne, eigentlich gekarrt jetzt als, als Map WTF Ach, okay, hm A? No Ich bin nicht so schnell Hat Herr Gonzo Nebel? Äh, ne, der Herr Gonzo hat lustige Tee, hier, Sensorzeug und Reparatur So, Moment, ich muss hier mal die Lautstärke wieder untersetzen Gigantisch Gigantisch Ich hab auch hier Nebel Bin nur bis ein Kreuz Oh, ich hab sechs Kilometer Torpedo-Reichweite, wuhu! Zehn Kilometer, wuhu! Ja Drei, 57 Knoten machen die Äh, 59 Ne, 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 ne Der Herr Bebebe Bebebe So, ich bin entdeckt, schön, super, toll Hm, ich weiß es nicht, ich hab das auch eingebaut, ja, ob sie sehen, doch, ja, ich auch Die Cleveland sieht mich Ich nehm, lege Nebelwand Da ist ein Schiff drinnen, ach, der Bauernnetzerstörer Wobei Wobei Der wird schon gleich Tropedos absetzen Ja Ja Er ist getroffen Wenn dann jetzt, denke ich mal Meine sind auch raus, ja Die sind einfach noch Die kommen genau auf mich, aber ich kann genau durchführen Was? Nee, auf mich So, ich war, oder, nachher einer Ja, du und Sau. Ja, das ging felsen. Wer kriegt den? Ich nie. Oder? Leck mich! Meins? Zehn Sekunden. Dank brenne ich erstmal ne Runde. Geil. Oh, ich muss hier weg, ich werde hier von... Oh, Torpedos sind gerade aus. Fuck, endfressig. Nein. Nee. Geh weg! Geh weg! Boom! Ja, gut da. Ich will die Cleveland noch abknallen. Na, die ist gut, die Cleveland. Hatte ich auch, oder hab ich noch? Hatte ich? Hab ich, keine Ahnung. Ja, die ist auf 8km. Schon wieder doch, Alter! Boah, wie ein Schwein. Ich bin alle vor mir stehen geblieben. Huich huich hui. Über der Torpedos? Ach du, ey. Ja, ich... Ach, schreck mich nicht so. Geh dir zu wie im Autoscooter. Haha. Wow. Brudaler. Ja, die Torps kommen gut. Mal z-drücken. Ne, die kommen scheiße. Hätte irgendwie die Cleveland kaputt gemacht. Da war ich ja drauf dran und drauf. Ich ja auch, mein Torpedos fliegen auch schon dran. War's bei, das ist doch, das ist doch so ein Premium-Kahn. Kann sein. Na, zerstörer, zerschießen. Ja. So, ähm... Ich krieg ja nischt ab. Na, aus das Blut hab ich auch noch gekriegt. Mhm. So, eine Minute noch, dann hab ich wieder Nebel. Wir gehen mal zu B, das wird nämlich grad wieder weggefischt. Svetlana kommt. Ja. So, Torpedos sind nachgeladen. Die frisst du jetzt hoffentlich mal. Ich muss mal wieder auf Fahrt kommen, jetzt. Ich bin hier mit 27 echt langsam. Ich kann oben 27. Wollen wir dem Andrew hinterher, oder? Wem hinterher? Dem Andrew hier mit seinem... Ach, nö. Borspite. Ist hier, Lana, so gleich weg. Hast du die ja grad hier, äh... Nein. Die platzen vor dir. Wyoming da hinten. Oh, die fällt weg. Nö, die kommt mir entgegen. Naja. Oh, naja, gut, ich bin schneller. Was macht denn ihr da hinten? Tut ihr angeln? Ja. Versuche hier irgendwie durch den Feierabendverkehr zu kommen. Ich hab mir Ohr noch was vor mir. Oh, ich bin auf dem Desktop gekommen. Scheiße. Nunberg und Mutuki fährt hier bei mir. Irgendwie kommt ständig Blut aus meinem Finger. Wie? Das Tattoo-Nest ganz schön. Iso-Katze. Die ist mit High-Speed zu... Wehe unterwegs. Schieß auf Wyoming. Brennt das Ding. Das ist kein App in die Fresse. In die Fräse. In die Fräse. In die Fräse. In die Fräse. Die ist auch gleich weg. Brennt schon wieder. Ja. Burn Motherfucker. Wyoming. Ja. Die... Ach, da kommen schon Taubes. Fuck. Ich fahr ja rückwärts, Idiot. Haha. Aber ich krieg die wieder, ne. Oh, Scheiße. So, Taubes sind raus. Lass sie weg. Oh, Alter. Ja, schön. Danke. Nein, aua, aua, aua. Ein Verkehr hier echt, Mann. Sechs Schiffe von uns hier. Sieben. Die Phoenix macht Harakiri Angriff. Sturkopf. Ja, das ist auch cool, ne? Da hat nämlich letztens dann... Matze wurde letztens weggerammt und da hat der Gegner den Sturkopf gekriegt. Ja, kack, ja. Ich habe auch was gekriegt. Du, Mann. Wie war's gerade denn, ne? Da war ich weg. Was? Ja, die beißen noch. So, dann gucken wir mal dem Herrn. Matze zu. Ja, ich werde den von der... ne? Du liegst gleich Sturkopf bei der Cleveland. Mh... Wie viel hast du schon versenkt? Null. Aber jetzt, ja. Die Königsberg. Ne. Ja. aber auch ein hübsches schiff mit rippen dran ja leck mich scheiße man das vierte schiff hat von mir explodiert alles lichter das ist noch nicht lief vielleicht ich saue kaum einer drauf ach komm wer ist denn in der computer sagt nein komm schon computer sagt nein noch mal drei los vielen dank fürs zusehen und bis zum nächsten mal